So, willkommen zu einem neuen Versuch. Wir haben jetzt einen Priester deckt, also verbündet er mit viel Leben, ein bisschen Heilung. Und wir versuchen natürlich so schnell wie möglich... Also, der Anfänger leider ist scheiße. Möchte ich im Anfang nicht. Oh Gott. Ich habe mit Karten ziehen im Moment aber auch überhaupt kein Glück. Was soll das? Was soll das? Kann ich gleich aufgeben mit den Karten eigentlich. Na klar. Auf ihn ruhig. Na ja, sind der Runde jetzt wenigstens weg. Und zwar ist es gut so, dass der jetzt in der Runde weg ist. Oh, und er ruft einen Flammenwichtel. Das ist in Ordnung. Also, für meinen Geschmack verliere ich viel zu viel Leben. Na klar. Es geht nur ums Überleben am Anfang. Es ist immer so einfach gesagt. Ja, wir haben halt nur neun Leben. Das ist der einzige Riesen-Nachteil, Alter. Na klar. Das ist echt... Wie soll man da bitte noch ne Chance haben? Komm, das ist ne Frechheit. Echt. Kannst du nicht so dumm sein und versuchen, den zu killen? Arschloch. Ach, scheiße. Nochmal. Weil es so schön ist. Wir machen das jetzt so lange, bis wir gewonnen haben. So schwer kann das ja nicht sein. Ah ja, am Anfang ist natürlich auch nicht verkehrt. Weil die ploppt da ja sowieso auf. Da er eh in jedem Zug immer seine blöde Eruption macht. Jetzt fängt er wieder an, den zu buffen. Und ich hab nichts. Also es ist echt neifig. Klar, Seelenfeuer haben wir natürlich auch immer auf der Hand. Und... ... ... Na klar. Ja, beschwören den noch Schlimmeren, ey. Das ist echt ein Witz. Das ist echt ein Witz. Das ist echt ein Witz. Wuhu, wir haben noch ein Leben. Leck mich doch einfach, ey. Ich kann nicht sagen, dass ich der einzige Mensch bin, der sich so doof anstellt, um den zu besiegen. Wir denken, ihr seid in Sicherheit. Das Licht wird den Sieg bringen. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Allerweil macht auch immer denselben Anfang. Irgendwie. Arschklar, ey. Dass er wieder was Geiles kriegt. Ich fühle mich ein wenig verarscht von diesem Spiel. Klar. Baff deine Arsche noch stärker, damit ich ja keine Chance hab. Das kann nicht sein, oder? Das kann echt nicht sein. Meine Fresse. Kann doch nicht so schwer sein. Kann auch nicht so unmöglich sein, dass ich immer Grütze ziehe. Nie was Gescheites. Das gibt's nicht. Der macht echt immer denselben Anfang. Auf einmal. Eben mal denselben Anfang. Wenn er jetzt wieder ein oder zwei Flammenbichtel... Oh, Todesstreit. Du hast mal was anderes. Und ein Leerwandler. Na klar. Gut. Gut. Sechs Schaden hat er auf dem Feld. Lasst bitte meinen Brunnen am Leben. Ich komme aus der Leere. 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 Das ist bisher der beste Wichtel, den er kriegen konnte. Nämlich der, der am wenigsten bringt. Ich komme aus der Leere. Warum kriege ich nicht mal eine heilige Nova zum Beispiel? Ähm... 3, 2, 1... Jetzt hätten wir doch endlich mal eine Chance. Wenn er jetzt nicht alles abräumt, dann haben wir eine Chance. Warum kopierst du meinen Gargoyle? Warum kopierst du meinen Gargoyle? Na gut, der hat nur einen Angriff. Okay. Okay. Gut. Das ist der erste Moment, in dem es wirklich mal ganz gut aussieht. Oh Gott, vielleicht schaffen wir es jetzt ja wirklich. Müsste nur noch diesen und den nächsten Zug durchstehen. Oh mein Gott, verdammt es. Scheiße. Gut, das ist kein starker Dämon. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Oh Gott, weh. Na witzig. Zieh halt immer die richtige Karte, ey. Was soll das? Mann. So ein Dreck, echt. Ja, klar. Ey. Das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Das kann auch nicht sein. gerade noch neun ich nur hin und erzählen hollino war hilft mir gar nichts oh ja ey juhu verloren unglaublich scheiß spiel so liebe leute damit ist für heute Hearthstone erstmal gestorben weil ich keinen bock mehr auf dieses spiel habe euer Dasti bis bald willkommen liebe leute bei einem von keine ahnung wie vielen versuchen wie ihr seht im moment sieht es eigentlich ja ganz gut aus die frage ist nur ob das so bleibt wenn es jetzt so bleibt wie es jetzt ist dann haben wir verdammt gute chancen dann haben wir verdammt gute chancen das hier zu gewinnen hat ja auch nur ewig gedauert aber 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 es sieht so aus ich glaube wir haben gewonnen 11 14 18 und gott sei es gedankt ey dieser drecksboss echt da ist so ja sorry leute das war so dermaßen unlustig dass ich euch meine diversen wutanfälle jetzt irgendwann dann ersparen wollte weil ich hab hier sehr viel rumgeflucht Und deswegen wird dieses Video mirakulöser Weise an das davor herangeschnitten und dann merkt das wahrscheinlich keiner. Und im nächsten Video geht es dann mit LoraTab weiter. Euer DasD. Bis bald.